Musik Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders, nicht was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen, Abenteuer nachjagen, aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. In unseren dunkelsten Stunden wenn das Leben an uns vorüber zieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Lass uns weitermachen müssen. Hier sind die Abenteuerungen. Ahora müssen wir uns überraschieren. Und dann wird uns am Blasen. Und dann werden wir ein Blasen für uns überraschieren. Die Eine schauen, und dann schicken Sie uns zu. Das war's für heute. Hallo? Das war's für heute. Das war's für heute. So, mit diesem geilen Anfang wünsche ich euch herzlich willkommen zu einem Let's Play, und zwar True Grider mit dem Sven im Hintergrund. Ja, ich hab schon die ganze Zeit genudelt und kaputt gelabert mit dem Zuschauer. So, und wo hier grad... Bei mir den Zuschauer natürlich. Ja, und Sven nimmt noch nebenbei Assassin's Creed Black Flag auf. Genau, bei mir ist das schon die zweite Folge, bei Davidee die erste. Ja. Wo gerade Lara Croft mit dem Boot untergegangen ist. Oho... Oho! Oh, Lara Croft ist grad mit dem... mit dem... Diesen... immer diese Lad ins Ehre... Ja, bei mir nicht. Kass der Kraftsgaz zwischen Sequenz für die empfehlen auch hier Kürzen Tork einzu-machne, kannst du mitgehen. So schon auch reden wäre und ich ne Zwischenreplätze hab. Nääää, ist für mich zu umständig. Was ist das hier? Brauch ich nicht. Oh, meine Facke. Oh nein, du musst mich gehört haben. Oh verdammt. Das war laut. Ähm, Sven? Ja? Du sagst immer, wenn die Zwischendekoration ist, ne? Du sagst immer, wenn die Zwischendekoration ist, ne? Jo. Nee. Nee, nee, nee. Oh, ist schon wieder. Oh, die Blut. Ich muss schnell hier raus. Mehr Feuer. Zum Glück. Was ist das denn für ein Ding? Okay. 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 So. Okay. Okay. Das muss doch. Ah nee. Scheiße. Daran hab ich gar nicht gedacht. So. Und Sven? Lärft es grad so weit? ja ich bin gerade so beim ich bin gerade mal beim Animus angekommen so ich habe schon eine Figur stehen, ist ein Assassine, geil ich will, ich will vielleicht mal den Animus ich muss hier gerade aus einer Hülle raus, aber muss ich hier gerade stoppen, glaube ich das hört sich falsch an ah man das ist sehr erfreulich Edward James, keine, gebraucht oh, ich bin jetzt so, ja, dieser Black Flag, ne? es geht sich um diesen Pyramiden Edward, äh, Edward jetzt musst du sagen, ach du, ja, du bist auf Duchenrider das ist doch das Spiel mit dieser Frau geht mit dieser Lara... Croft Lara... Kraft was Lara Croft Lara Kraft wo ist das der Zwischensequenz? ich glaube nicht, aber meern das war das ist ja ich glaube nicht, ich habe gar nicht sagt das war das ist doch was sind ja du bist du bist das ist du bist du bist du bist du bist du bist du bist ist Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich komm hier gerade, würde ich nicht falsch machen, ich muss gerade an diesem Feuer und Wasser Okay, ich bin besser Okay, der brennt erstmal Alles ab Achso, die Werbung ist real Oh mein Gott, bin ich doof So doof Ja, was ist? Ah, jetzt geht's Ich muss sofort hier rauskommen. Irgendwie lieb ich ja. Irgendwie lieb ich ja. Das ist das in den Worten teilen, ne? Ja, mal sehen wir vielleicht. Wir sind so richtig. Das Blame. Nein, nein. Oh, das war so nieder. Ja. Vielleicht könnte ich ja auch noch 2 oder 1, 2, 3 von gesehen werden. Obwohl, es ist 2 oder 3. Was du 3 bist du? Ähm, keine Ahnung. Ich bin so heiß, äh, heißes 2 gerade. Ja, aber nicht runterfallen. Kau. Wie gesagt, ich leute spiele immer noch mit dem... hier mit dem Playstation-Controller, der im Spiel als Xbox-Controller angezeigt wird, wie viel Emotions ist. Also... Oh fuck. Äh, oh Mist, ich bin gestorben. Ach. Kannst ruhig sagen. Von Quick Time Abaddon. Von Quick Time Abaddon. Oh man, ich hasse diese scheiß Quick Time Abaddon. Oh man, ich hasste die noch viel mehr. Ja. Deswegen spiel... Deswegen spiel ich kein Trümer, halt. Und deswegen spiel... Hab ich auch Just Cause nicht zu bleiben gespielt. Ich komm jetzt erstmals nicht hoch. Oh yes, er ist tot. Erstmal 25 EP gesammelt. Da... er halt... Geil. Dieser Adler kriegt so. Oh mein Gott. Schnell hochkrabbeln! Schnell hochkrabbeln! Schnell hochkrabbeln! Schnell hochkrabbeln! Oh, Havana ist geil! Oh mein Gott. Schnell hochkrabbeln! Oh mein Gott. Hast du meinen Freund ausgeraubt? Du sagst, ich schlacht dich. Dich schlacht dich, Freundchen. Warte die Zeit ab. Fresse. Zuh, Bride. Okay, danke. Danke. Kann er nicht stehen bleiben. Ich bin mit der Kontrolle-Steuerung noch nicht so gut. Suchen Sie nach Hinweisen auf andere Überlebende. Oh, what the fuck. Nein, nicht. Ich muss jetzt auf dem Baumstamm balancieren. Gleiche Plünder. Neben mir. Lala, jetzt nicht verrecken, ne? Oh, da ist noch eine Kiste, die hole ich mir noch. Boah! Sie ist gerade voll auf die Fresse geflogen. 151 Real. Okay, jetzt schnell, 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 schnell. Okay. Ach, geschafft. Schmutziger. Und der. Boah, irgendwie das Spiel ist so... Alter, ist das Betrug brutal. So notgeil ist das Spiel. Warum? Weil Larry die ganze Zeit stöhnt. Ich hab das vorwillig. Ich stöhne auch mal nicht vorwillig. Ich war untergesprungen, wie du bin ich. Ich bin ich. Bin ich. Wie dumm bin ich. Ich hab ich gesagt. Ich hab... Bei mir kam Iß an. Oh, du ne. Oh, nein. Ja, das ist diese Stelle. Oh Gott. Wo ich dieses scheiß Flugzeug... Fresse! Fresse! Oh Gott! Weiter! Weiter! Oh! Oh! auf und steht mich wieder Jetzt kannst du wieder. Hier an diesem wunderschönen Ort, sag ich, was warst du bei mir für diese Folge? Warte, von mir aus kannst du noch eine Sekunde machen, dann können wir sofort Zusammenschluss machen. Ja, aber gerade ist es hier so schön, so schön und perfekt für ein Ende. Dann macht Schluss. Guckt einmal beim Sven vorbei, was er da gerade gemacht hat. Steht natürlich in der Videobeschreibung. Ja. Und hier auch, freut euch auf jeden Fall schon auf die nächste Folge, da wird es hier weitergehen. Und ich sag tschüss. Ciao.